Hallo zu einem neuen Video von AppLabs Tester. Heute zeige ich euch eine Cydia App, ganz schnell, mal so nebenbei. Und zwar es geht hier drum, um die Uranzeige. Die sieht etwas mal anders aus wie die Standard-Uranzeige. Ist auch mal eine schöne Variante, falls jemand in die andere Uhrzeige etwas auf die Nerven geht. Dabei geht ihr ganz normal in den Cydia rein, installiert euch die App Phoneswap Starter. Könnt ihr gerade in der Suche eingeben. Phoneswap Starter. Eigentlich müsste, ich sag mal jetzt App drin sein. Ihr startet einfach diese App. Also nach dem Installieren startet ihr die App. Und ich bin mir gerade nicht sicher, braucht man da Winterbot. Ich schaue mal gerade nach. Ne, braucht man nicht. Ich habe ja selbst kein Winterbot drauf. Ihr startet die App einfach und dann sollte das auch schon klappen. Und falls ihr es nicht mehr haben wollt, geht einfach auf Cydia, löscht diese App und dann habt ihr wieder eure alte Uhrzeit. Nur so mal für nebenbei, falls ihr mal Bock auf etwas Neues habt. Das war es auch schon. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.